hallo ja mir ist so gerade eingefallen wie sich wohl ein geimpfter fühlt so also mit corona gegen corona geimpfte 2 und dann booster und wenn man älter ist dann kann man ja auch die pferde kriegen also booster booster ja und da habe ich mir gerade überlegt wie man sich da eigentlich so fühlt mich einfach frage habe ich noch gar nicht so er fragt auch in meinem bekannten kreis und so da habe ich das noch gar nicht so erfragt wie die sich ein spiel obwohl vom kumpel weiß ich dem ist es egal von meiner schwester weiß ich auch die macht sich auch keine gedanke also die weiß zwar nur von mir aber wird schon alles gut und wahrscheinlich immer alles gut genau ja das ist mir grad vor ein paar minuten eingefallen habe ich gedacht bringt es mal raus in die welt ja genau so mache ich das gerade so einfach ist es auch gern ja und ich bin auch auf twitter jetzt mal seit heute und ja aber gedacht raus in die welt halt noch raus in die welt und ja rechtlichkeit und frieden informationen nachrichten für eine bessere welt